Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr in eurer Minecraft-Creative-Welt eine echte funktionierende Schleuse bauen könnt. Und darüber hinaus mit der Technik, mit der ich euch heute zeige, wie man diese Animationen aufbaut, könnt ihr weitaus mehr als nur eine Schleuse bauen. Ihr könnt alles mögliche bauen, was in einer Animation stattfindet, die sich in eine und die andere Richtung abspielt. Was genau das bedeutet, was ich gerade gesagt habe, werdet ihr dann gleich sehen. Heute als Beispiel möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Schleuse nachbauen könnt. Ihr müsst natürlich dann selber überlegen, wie die am Ende für euch aussieht und wie genau ihr das animiert. Aber ihr seht, es funktioniert. Das Wasser senkt sich hier ab, das große Tor öffnet sich und das sieht richtig cool aus. Aber wie geht das denn, bitteschön? Wir wechseln mal kurz die Welt in die Testwelt. Dort habe ich mal etwas vorbereitet. Ein kleines Beispielgelände, bei dem wir heute versuchen werden, eine Schleuse zu bauen. Heute geht es nicht darum, eine schöne Schleuse zu bauen. Heute geht es darum, dir beizubringen, wie genau du vorgehst, wenn du auch sowas bauen möchtest. Und was du brauchst, ist der Structure-Block. Den bekommst du im Creative-Menü, wenn du den Befehl slash GIF, Leertaste, Add, S, Leertaste, S, T, R, U. Dann kannst du schon Tab drücken. Du siehst, es wird schon ausgewählt. Du brauchst den Structure-Block, Enter. Und da hast du ihn, den wunderbaren Structure-Block. Diesen Block wirst du benötigen, um diese Animation zu bauen. Hör mir gut zu, ich werde genau dir erklären, was zu tun ist. Wenn du einen Fehler machst mit dem Structure-Block, kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass deine ganze Welt abstürzt. Also solltest du, bevor du anfängst, mit den Structure-Blocken zu arbeiten, einmal kurz die Welt schließen, wieder zurück ins Titel-Menü gehen. Dann gehst du auf Singleplayer, gehst auf die Welt, drickst auf Edit, Make Backup, backst die Welt einmal ab und startest die Welt dann. So, du hast ein Backup gemacht. Sollte etwas schief gehen, kannst du das Backup laden. Das findest du im Appdata-Roaming-Minecraft-Menü. Also wirst du schon hinkriegen, glaub mir. Ansonsten googelst du einfach nach, wie lade ich ein Backup-Minecraft. Da wirst du auf jeden Fall findig werden. Schritt 1. Baue die Schleuse erstmal so, wie du sie haben möchtest. Das heißt, baue sie vom Design so, dass du damit zufrieden bist. Denn das Design wirst du im Nachhinein nicht mehr ändern können. Hast du einmal die Animation einprogrammiert, kannst du das Design deiner Schleuse nicht mehr ändern. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst so, okay, aber meine Schleuse, die soll unbedingt hier einen goldenen Rand haben, dann empfehle ich dir tunlichst im Vorfeld diesen goldenen Rand zu bauen. Okay, also du baust im Vorfeld alles, was deine Schleuse haben soll und wie deine Schleuse aussehen soll. Und wenn du mit dem Design deiner Schleuse zufrieden bist, dann kann es losgehen. Dann kannst du anfangen, die Schleuse zu bauen. Okay, ich bin zufrieden mit dem Design meiner Schleuse. Also hast du jetzt gesagt, gut, überleg dir zum Beispiel noch, dass hier auch ein Tor reinkommen muss. Wie du das Tor baust und wie es aussehen soll, das ist dir überlassen. Da kannst du machen, was du möchtest oder wie du es möchtest. Wir werden jetzt heute mal ein ganz, ganz, ganz plumpes Tor nehmen. Ein sehr, sehr, sehr einfaches, billiges Tor. Realitätsgetreu ist es so, solltest du auch wissen. Wenn du ein Tor in einer Schleuse baust, dann ist das Tor immer so, dass sich das Tor niemals komplett schließt. Also, dass das Tor quasi aus zwei Hälften besteht. Einmal die Hälfte und die Hälfte. Und die lassen sich nie komplett schließen, sodass man immer so eine Art Dreieckskonstruktion hat. Und das Wasser drückt dann gegen das Tor und hält das Tor zu. Das kannst du dir, glaube ich, richtig gut vorstellen. Das werden wir heute nicht machen. Heute werden wir die Schleuse mal ganz unrealitätsgetreu bauen. Es geht darum, dass du weißt, wie du mit diesem Block es hinkriegst, dass eine Animation abspielt. Gut, alles vorbereitet. Dann ist das Erste, was du tun solltest, ist, dir den Block zu schnappen und du suchst eine Ecke erstmal der Schleuse. Und wichtig ist, dass die Ecke, die du suchst, wenn du mit, also du musst jetzt quasi einen Bereich festlegen. Und der Bereich, den du festlegst, ist immer zwischen zwei Structure-Blöcken. So, der Bereich, den ich jetzt hier festgelegt habe, findet immer von der Ecke des einen Structure-Blocks und der Ecke des anderen Structure-Blocks statt. Dort, wo die sich treffen. Musst du dir vorstellen, das hier ist im Bereich, im Bereich, im Bereich, im Bereich. Das hier ist nicht mehr im Bereich, das ist außerhalb des Bereiches. Also, wie du siehst, diese beiden Structure-Blöcke setzen nun diesen Bereich quasi, also deklarieren diesen Bereich. Also alles von der einen Ecke bis zur anderen Ecke. Wenn du natürlich jetzt den anderen Structure-Block hier hinsetzt, dann ist das Kappes, dann gibt es keinen Bereich. Dieser Bereich ist nicht definierbar, denn es gibt nichts, was zwischen der einen Ecke und der anderen Ecke stattfindet. Du siehst, das ist Schwachsinn. Funktioniert nicht. So würden die Structure-Blöcke nichts machen. So auch nicht, so auch nicht, aber so zum Beispiel. So würde was funktionieren. Jetzt können wir immerhin hier einen Bereich spannen, der von dieser Ecke bis zu dieser Ecke arbeitet. Ich glaube, du hast es mittlerweile schon verstanden. Ich hoffe, dass ich es nicht noch weiter erklären muss, aber auch das hier wäre ein Bereich, der hier festgelegt ist, der von dieser Ecke bis zu dieser Ecke geht. Das ist nicht mehr im Bereich, das ist nicht im Bereich, das ist nicht im Bereich und so weiter und so fort. Genau das musst du hier machen. Schließe im Bereich bitte die erste Schicht des Bodens mit ein. Das heißt, du musst so weit runter gehen, dass du den Boden noch im Bereich mit drin hast. Das heißt, ich würde meinen ersten Structure-Block hier hinstellen. Gut, den ersten Structure-Block, den hast du hier hingestellt. Den zweiten Structure-Block, den würde ich so stellen, dass hier oben auch noch der Bereich mit drin ist. Den würde ich also hier hinstellen, an diese Position, da du hier noch ein Tor bauen möchtest später. Okay, du hast ja nicht vergessen, die Schleuse besteht ja auch hier oben aus dem Tor. Das Tor ist jetzt gerade zu, das machen wir auch mal. So, zack, 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 zack. Wir machen das Tor hier mal zu, dann brauchen wir das Glas nicht mehr. Hier oben ist mein Tor jetzt geschlossen, können wir das alles weg machen. So, jetzt haben wir zwei Structure-Blöcke stehen. Das nächste, was du machst, ist, du gehst in den Structure-Block und gehst auf den Modus Corner und gibst da irgendwas ein. Du kannst A eingeben, das reicht schon. Und dann gehst du in den anderen Structure-Block hier unten und gehst auch auf Corner und gibst da ein A ein. Wunderbar. Dann baust du noch einen Structure-Block irgendwo hin, der sich in der Nähe befindet. Ich empfehle, unter den Structure-Block einen Block zu setzen, damit du weißt, wo dieser Structure-Block steht. Das ist ganz wichtig, dass der Structure-Block an dieser Stelle steht. So, dann gibt es noch eine Sache und zwar, du brauchst ein bisschen Platz innerhalb der Struktur. Aber das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Erstmal gehen wir in diesen Structure-Block und gehen auf Save. Und dort gibst du jetzt auch A ein. Wichtig ist, dass das, was du eingibst, in dem Structure-Block steht, Corner, und in dem Structure-Block steht, Corner. Es muss beides das Gleiche sein. Und jetzt gibst du hierbei Save A ein und drückst auf Detect. Wenn du alles richtig gemacht hast, wird jetzt ein Bereich angezeigt. Und der Bereich, der jetzt angezeigt wird, ist der Bereich, der später animiert wird. Wunderbar. Du siehst, wir haben hier einen Bereich, der angezeigt wird. Und alles, was nun in diesem Bereich drin ist, wird animiert. Das heißt, in diesem Bereich wird eine Animation stattfinden. Deshalb kannst du auch alles, was in dem Bereich drin ist, nicht mehr nachträglich ändern. Kleines Beispiel. Diese goldenen Blöcke kannst du noch im Nachhinein ändern. Kein Problem. Aber diese goldenen Blöcke kannst du nicht mehr ändern, da sie sich ja im Bereich befinden. Verstanden? Super. Den Bereich solltest du eventuell etwas vergrößern. Warum? Du brauchst in dem Bereich noch ein bisschen Platz für Technik. Also drücke ich jetzt nochmal auf Detect. Du siehst, ich habe den Bereich nun etwas vergrößert. Und nun habe ich die Möglichkeit, dass ich hier an dieser Stelle mal runtergehen kann. Mache ich jetzt mal. Ich baue mich hier runter. Denn ich möchte gerne in dem Bereich eine Technik bauen. Und in dem Bereich musst du folgende Technik bauen. Jetzt gucken wir mal, dass wir in den Bereich reingehen. Okay. Wir befinden uns jetzt gleich im Bereich. Hier geht es in den Bereich rein. Und du siehst hier schon das Wasser. Da muss man echt aufpassen. Hier ist der Bereich. Aber das passt. Also das hier ist jetzt im Bereich drin. Wenn du nicht sicher bist, kannst du nochmal kontrollieren, dass du wirklich im Bereich bist. Also, ich markiere nochmal. Alles, was jetzt hier purple ist, ist in dem Bereich drin. Wir befinden uns gerade an einer Ecke. Das hier ist nicht im Bereich. Nicht im Bereich. Nicht im Bereich. Nicht im Bereich. Und so weiter und so fort. Im Bereich. Im Bereich. Nicht im Bereich. Okay? Ist klar. Ich glaube, das hast du verstanden. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Bereich machst du nun folgendes. Du schnappst dir zwei Magenta Glaze Terracotta. Du kannst auch andere Blöcke nehmen. Aber die helfen immer ganz gut. Du setzt einen, der, das ist jetzt ein bisschen fimmelig, nach unten guckt. Und einen, der nach oben guckt. So. Und auf diese beiden drauf setzt du einen Structure Block. Dahin und dahin. Ich empfehle außerdem vielleicht noch das Ganze hier ein bisschen auszuleuchten. So. Und jetzt kommt eine wichtige Sache. Das Ganze muss an der Ecke des Bereiches stattfinden. Und du musst eins, zwei, drei, vier Verstärker davor legen. Und das ist wichtig. Dass sich diese Verstärker noch im Bereich drin befinden. Und zwar an der Ecke. Das heißt, so wie es hier gebaut ist. Hier siehst du, die sind außerhalb des Bereiches. Die sind in der Bereich. Am besten an der Ecke. Du kannst es auch innerhalb der Structure Animation bauen. Aber wichtig halt ist, dass diese beiden am äußersten Rand liegen. So, dass ein Redstone Signal von außen in diesen Bereich hereinfließen kann. Ihr seht, das Signal von außen geht in den Bereich herein. Okay. Das ist wichtig. So. Und dann empfehle ich dir, die Structure, diese Dinger hier auf Stufe 2 oder Stufe 3 zu stellen. Ich empfehle Stufe 3. Nimm die Stufe 3. Das ist jetzt die Geschwindigkeit mit deiner Animation. Du stellst hiermit die Geschwindigkeit deiner Animation ein. Das hier ist eine sehr, sehr, sehr schnelle Animation. Also dann geht die Schleuse wirklich schnell hoch. Und das hier ist die langsamste Animation, die möglich ist. Dann geht die Schleuse wirklich so hoch. Für die Schleuse empfehle ich dir hier, die Nummer 3 zu wählen. Gut. Nachdem du das jetzt gemacht hast, bist du soweit vorbereitet. Und kannst nun beginnen, die Schleuse zu programmieren. Schleuse zu animieren. Wichtig ist nochmal, dass hier auf jeden Fall alles stimmt. Und bevor du jetzt tatsächlich damit beginnst, diese Schleuse zu animieren, musst du dir jetzt einen Namen für diese Animation ausdenken. Mein Name für die Animation wird jetzt sein Schleuse. Gehst du hier in diesen Speicher-Structure-Block. Der muss im Safe-Modus sein. Und gibst den Namen der Animation an Schleuse. So, du hast jetzt den Namen eingegeben. Dann, wenn du den Namen eingegeben hast, empfehle ich folgendes zu machen. Unterstrich F1. Du brauchst nämlich in diesem Namen eine Zahl, die aufwärts zählt. Das heißt, die sich ändern kann. Der Name sollte also aus einem festen Bereich bestehen. und einer Zahl bestehen, die sich immer wieder ändern wird. Okay? Ist klar? Gut. Wenn du einmal diesen Namen fertig gelegt hast, drückst du noch nicht auf Speichern, sondern drückst erstmal auf Done. Und jetzt musst du das ganze Ding einrichten. Das machst du wie folgt. Du machst ein Steuerung-Mausrad-Klick auf diesen Structure-Block. Beziehungsweise, nein, 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 vergiss das. Nein, 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 wir machen das anders. Wir machen es viel leichter. Wir machen es viel einfacher. Du gehst jetzt hier unten in diese Structure-Blöcke und bearbeitest beide Structure-Blöcke. Du machst einen Rechtsklick auf den ersten und setzt ihn in den Load-Modus. Und den zweiten setzt du auch in den Load-Modus. So. Und in dem Load-Modus, beziehungsweise, nein, 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 du gehst erst auf Save-Modus. Entschuldigung, dass ich dich so verwirre. Die stehen jetzt hier. In dem ersten gehst du auf den Save-Modus. In den zweiten auch. Du gehst erstmal auf den Save-Modus. Gibst dann dort A ein, also das, was in diesen Corner-Blöcken steht. Und drückst auf Detect. Und genau das gleiche machst du in dem anderen auch. Den mache ich jetzt erstmal weg. Du hast jetzt einen Bereich detektiert. Jetzt machst du einen Steuerung-Mausrad-Klick darauf. Steuerung gedrückt halten, Mausrad-Klick. Damit erhältst du den Structure-Block mit allen Daten, die bereits eingetragen sind. Das heißt, wenn du den jetzt abreißt und wieder hinsetzt, sind alle Daten immer noch drin. Du reißt bitte diesen Structure-Block ab und stellst sicher, dass jetzt dieser weiße Rahmen, Du siehst hier, es wird hier ein weißer Rahmen angezeigt. Dieser weiße Rahmen muss von diesem Structure-Block kommen. Du kannst auch hier Steuerung-Mausrad machen und den abbauen. Und wenn du den abbaust, siehst du, der weiße Rahmen ist weg. Wenn du den wieder hinbaust, ist der weiße Rahmen da. Pass auf, dass du ihn an die gleiche Stelle setzt. Wenn du den nämlich an eine andere Stelle setzt, siehst du, verschiebt sich der weiße Rahmen. Und das ist nicht richtig. Also sieh zu, dass er an der richtigen Stelle steht. So, der weiße Rahmen ist da. Das heißt, dieser Structure-Block ist korrekt. Jetzt gehst du bei diesem Structure-Block in den Load-Modus. Im Load-Modus drückst du hier auf Show Bounding Box Off und schaltest es aus, dass der Rahmen angezeigt wird. Dieser Structure-Block befindet sich nun im Load-Modus und zeigt keine Bounding Box an. Und wir setzen jetzt unseren Save-Block wieder hin. Dadurch erscheint wieder dieses weiße Feld. Wir nehmen jetzt den Namen, der hier drin steht. Am besten du drückst STRG-A und STRG-C, um den zu kopieren und packst diesen Namen in diesen Structure-Block rein mit STRG-V. Und jetzt drückst du auf Done und hast diesen Structure-Block erstmal korrekt eingerichtet. Dann gehst du auf F2. Das heißt, wichtig ist, die Nummer, die hier oben steht, das ist quasi unsere erste Nummer. Das ist quasi der Animation Nummero 1. Das ist quasi der Zustand 1 der Schleuse. Zustand 1 der Schleuse ist so. Das Tor vorne ist offen, Wasser ist unten, Tor oben ist zu. Das ist quasi Zustand Nummero 1. Und in diesem Zustand 1 drin, also du siehst, in dieser Animation, ist bereits ein Ladeblock. Das ist ja ein Ladeblock, hier ist ein Load, der den nächsten Zustand laden soll. Zustand Nummero 2. Hast du dir das gemerkt? Okay. Dann kontrolliere jetzt nochmal alles, ob du zufrieden bist mit dem Zustand deiner jetzigen Schleuse. Ich empfehle noch eine Sache. Wichtig ist, ich habe dir ja gesagt, du sollst diese Schleuse noch den Boden mitnehmen. Du siehst, ich habe das nicht getan. Meine Schleuse nimmt zum Beispiel nicht den Boden mit. Das ist, naja, mehr oder minder richtig. Aber gut. Wir machen jetzt folgendes. Wir setzen jetzt in den Boden hier Dropper rein. Das gehört zur Schleuse dazu. Das musst du deshalb machen, weil ansonsten die Schleuse nicht richtig funktioniert. Die Dropper musst du in diesem Schema hier verteilen, wobei du kannst das Leben dir auch einfach machen und die Dropper wie folgt verteilen. Wichtig ist, bei der Verteilung dieser Dropper musst du dafür sorgen, dass es nirgendwo einen Bereich gibt im Boden, der 2x2 Blöcke groß sind, in dem sich keine Dropper befinden. Du siehst, wenn ich jetzt hier diese beiden Dropper wegmache oder nur diesen Dropper wegmache, gibt es hier einen Bereich, der ist 2x2 Blöcke, 2x2 Blöcke, in dem sich kein Dropper befindet. Das ist wichtig, um das Boot später nach oben zu bekommen. Also, du siehst, überall ist immer nur ein Block Abstand zwischen diesen Droppern. Du kannst auch alles voll machen mit Droppern, empfehle ich dir aber nicht. Hat was damit zu tun, dass das Boot später nach oben geschossen werden muss. Das betrifft jetzt nur die Schleuse. So, wenn du jetzt mit diesem ersten Zustand der Schleuse zufrieden bist, und wichtig ist, diese Dropper sollten sich halt noch im Bereich der Schleuse befinden. Es wäre besser gewesen, wenn wir von vornherein diesen Structure Block einen Block tiefer gemacht hätten und diese Dropper in den Boden mit integriert hätten. Haben wir aber nicht, also Pech. So, wenn du damit zufrieden bist, gehst du nun in den Speicherblock und drückst auf Speichern. Damit ist das F1 gespeichert. Jetzt gehst du in den Speicherblock und drückst auf F2. Du drückst noch nicht auf Speichern, sondern drückst erst auf Done. Das heißt, du tippst hier schon mal F2 ein. Und jetzt gehst du hier unten hin und tippst hier F3 ein. Denn Zustand Nummer 2 soll den dritten Zustand laden. Aber jetzt wird es nochmal kompliziert, denn beim zweiten Zustand musst du noch was anderes machen. Das musst du einmalig jetzt beim zweiten machen, und zwar den anderen Structure Block hier wieder hinstellen. Der Structure Block, der nach unten geht. Denn der Zustand 2 ist wie ein Fahrstuhl, der einmal den Zustand da drüber lädt, den Zustand Nummero 3, aber auch, und du kannst es dir bestimmt schon denken, den Zustand, der da drunter ist, den Zustand Nummero 1. Und jetzt ist es wieder wichtig, dass du einmal ganz kurz hier diesen Structure Block wegnimmst. Steuerung nicht vergessen zu drücken. So, dann gehst du hier runter, setzt hier den wieder rein, gehst auf Save, drückst da A, Detect. Okay, der Bereich wurde ausgewählt. Dann gehst du auf Load, machst dieses Box, machst diese Bounding Box aus, wunderbar, stellst deinen Speicherblock hier wieder hin. Dadurch taucht wieder dieser Bereich auf. Und jetzt tippst du hier ein, dass er Nummero 1 laden soll. Oh lol, ich bin ein Vollbild. Okay, jetzt habe ich ein Problemchen. Jetzt habe ich ein Problemchen. Nein, 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 nein. Tippst du ein, dass er Nummero 1 laden soll. Entschuldige, ich bin gerade in den Vollbildmodus gegangen. So, also, damit du nicht durcheinander kommst, denn das ist jetzt der schwierigste Prozess von allen. Du bearbeitest jetzt gerade Animation Nummero 2. Animation Nummero 2 kann die Animation da drüber laden, F3, und da drunter laden, F1. Und mit diesen Pfeilen siehst du immer, was dieser Structure Block macht. Dieser Structure Block lädt immer das, was da drüber ist, Nummero 3. Und der lädt immer das, was da drunter ist, Nummero 1. Als wir vorhin in der Nummero 1 waren, gab es ja nichts, was da drunter ist. Deshalb gab es auch diesen Structure Block nicht. Verstanden? Sehr gut. Jetzt baust du dann Nummero 2, also Animation Nummero 2. Bei Animation Nummero 2 hat sich mein Tor schon zur Hälfte geschlossen. Das ist Animation Nummero 2. Und ab jetzt wird es einfach. Du speicherst Animation Nummero 2. Dann tippst du hier Animation 3 ein. Änderst als allererstes das hier. Die Animation 3 lädt Animation 4 und 2, die da drunter ist. Und jetzt baust du die Animation. Also baust quasi diesen Zustand deiner Schleuse. Und wenn du den Zustand deiner Schleuse gebaut hast und zufrieden bist, dann gehst du in den Structure Block und drückst auf Save. Nachdem du das getan hast, gehst du wieder in den Structure Block, tippst ein, ich bin jetzt bei Nummero 4. Nummero 4 lädt da drüber Nummero 5. Und da drunter Nummero 3. Und du merkst schon, diese Spielchen musst du jetzt ein paar mal machen. So, in dieser Animation möchte ich schon folgendes machen. Und zwar hole ich mir Soul Sand aus dem Inventar. In dieser Animation wird das Wasser schon nach oben laufen. So, wichtig ist, dass du jetzt all diese Dropper hier mit Soul Sand ersetzt. Warum Soul Sand? Das hat was damit zu tun, dass das Boot später nicht untergeht. Wenn du mit einem normalen Boot in die Schleuse fährst, wird jetzt folgendes passieren. Das Wasser wird hier steigen. Und da das Wasser steigt, kann es ja sein, dass das Boot untergeht. Und damit das Boot nicht untergeht, befinden sich hier jetzt diese Soul Sand Blöcke. Du siehst, ich baue die erste Wasserschicht und ich speichere Nummero 4. Dann kommt Nummero 5. Nummero 5, nicht vergessen, lädt Nummero 6. Nummero 5 lädt aber auch da drunter Nummero 4. Wunderbar. Und bei dieser Animation ist noch mehr Wasser in der Schleuse. Also einmal Wasser rein in die Schleuse. Warten, bis die ganze Schleuse voll ist. Und speichern Nummero 5. Ja, ab jetzt wird es relativ eintönig, wie du merkst. Wir können ja nochmal gucken. Aber das Spielchen hast du prinzipiell jetzt schon mal verstanden. Wichtig ist da, vergiss nicht, dass bei denen hier Boundingbox aus ist. Aber du solltest alles so gemacht haben, wie ich es dir erklärt habe. Wenn du alles so gemacht hast, wie ich es dir erklärt habe, dann solltest du kein Problem haben. Dann sollte deine Schleuse ganz vorzüglich funktionieren. So. Wir machen das Spielchen nochmal ein bisschen. Wir müssen jetzt das ein paar Mal machen. Aber wir schaffen das. So, wir speichern Nummero 6 ab. Jetzt kommen wir zu Nummero 7. Ich drücke immer Enter, um diesen Command-Block zu verlassen. 7. Und du drückst, by the way, niemals hier auf Load. 7 lädt 8. Und lädt 6. Immer der, der da drüber und der da drunter ist. Auch hier wieder Wasser rein. Wir haben es gleich geschafft. Viel ist es nicht mehr. Viel Wasser müssen wir nie mehr setzen. Es ist noch ein bisschen Aufwand. Aber Übung macht den Meister. Ansonsten spule das Video einfach vor. Also wir warten noch eben kurz, bis es alles voll ist. Wunderbar. Und wir speichern 7, 8. Jetzt gehen wir auf 8. Enter drücke ich, um den Structure-Block zu verlassen. 8 lädt Nummero 9. Unter dem Nummero 9 befindet sich... Unter Nummero 8 befindet sich Nummero 7. Und die Sonne geht schon unter Minecraft. Gleich wieder hell dort. Zack, 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 zack. Auch hier wird das Wasser reingelassen. Timeset 0. Wunderbar. Und wir speichern Nummero 8. Jetzt kommt Nummero 9. Nummero 9 lädt die Nummero 10, die da drüben ist. Also tippen wir oben eine 10 ein. Und hier tippen wir eine 8 rein, da sich ja die 8 unter der 9 befindet. Und jetzt müssen wir noch mehr Wasser hier hin tun. Jetzt kommt das Wasser hier hin. Wunderbar. Wir warten eben, bis das Wasser ausgefüllt ist. Und speichern Nummero 9. Jetzt kommt Nummero 10. Nummero 10 lädt die darüber sich befindende Nummero 11 und sich darunter befindende Nummero 9. Passt auf, dass ihr keinen Tippfehler macht. Das Wasser ist mittlerweile schon auf den höchsten Punkt vorangeschritten. Warten nochmal ganz kurz, bis hier alles zu ist. Wunderbar. Und wir speichern Nummero 10. Jetzt kommt Nummero 11. Wir nähern uns dem Ende. Beim Ende musst du nochmal aufpassen. So, 11 lädt Nummero 12 und lädt Nummero 10. Vergiss das nicht. So, und hier geht das Tor schon auf, wie du siehst. Zack, da geht das Tor auf und gespeichert. Jetzt kommt Nummero 12. Jetzt passieren zwei Sachen gleichzeitig in dieser Animation. Bei Nummero 12 wird natürlich in der Animation 13 geladen. Und die darunter sich befinden in der Animation 11 geladen. Und jetzt passieren zwei Sachen gleichzeitig. Einmal das Tor geht noch weiter auf. Und hier unten schalten sich diese Dinger wieder aus. Die müssen ja nicht mehr mal nicht laufen. Also stecken wir mal hier Dropper wieder nach unten. Wupp, 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 wupp. Also jetzt wird hier alles wieder replaced. Gut, wunderbar. Das ist Nummero 11. Und jetzt kommt die letzte Animation. Achtung, jetzt kommt nämlich die letzte, die 13. Bei der 13 gibt es eine Besonderheit. Die 13 kann hier rüber geladen werden. Genau. Die 13 braucht ja nichts mehr, was da rüber lädt. Also über der 13 befindet sich die 14. Die 14 wird es nicht geben. Deshalb reißen wir jetzt den hier ab. Und füllen nur noch den aus, der sich da drunter befindet. Und zwar Nummero 12. So. Und wir bauen jetzt die letzte Animation, die 13. Animation. Oh je. Müssen wir gucken, dass wir hier keinen Mist bauen. Jetzt musste ich mal gerade hier das hier replacen. Das ist ganz doof, wenn du Technik kaputt machst. Ich habe jetzt hier den Block hingebaut, damit es kein technisches Problemchen gibt. So. Tor ist weg. Wunderbar. Es könnte eventuell ein Problem geben, dass hier oben der Block nicht richtig da war. Also wir können auch folgendes machen. Um sicher zu sein, dass es kein Problem gibt, können wir auch einfach hier Slabs einfügen. Und damit speichern wir Nummero 13 ab. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind jetzt fertig. Wir können jetzt den Structure Block ablaufen, abreißen. Und wir können den Structure Block abreißen. Nun kannst du testen, ob deine Schleuse funktioniert, indem du einmal hier, und hier einen Knopf hinbaust. Und wenn wir jetzt diesen Knopf drücken, siehst du, jo, es funktioniert. Die Schleuse geht runter, das Tor öffnet sich. Ziemlich schnell, muss ich sagen. Und wenn wir jetzt den Knopf normal drücken, siehst du, passiert nichts. Wenn wir jetzt diesen Knopf drücken, dann das Tor geht zu, die Schleuse fährt hoch. Und du siehst, die Animation wird abgespielt. Wenn du irgendwo einen Fehler gemacht hast in der Animation, lass erstmal diesen Structure Block noch stehen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, das gefällt mir zum Beispiel nicht gut, dann kannst du mit diesen Structure Blöcken per Rechtsklick eine Animation laden. Du gibst zum Beispiel hier Animation 8 ein und drückst auf Load. Und Animation Nummer 8 wird geladen. Und du sagst zum Beispiel, hoch, eine Animation 8 finde ich es zum Beispiel cool, wenn, keine Ahnung, hier eine Lampe ist. Dann gehst du jetzt in den Speicher Block und tippst dort Nummer 8 ein, F8. Beziehungsweise, ja doch, du gibst hier F8 ein, wichtig, mach das nicht über diese Blöcke. Mach das nicht über die, sondern geh hier in diesen Speicher Block und tippe hier nochmal F8 ein und überschreibe F8. Und bei F8 ist jetzt hier meine Lampe. Und du siehst, ich habe die jetzt abgerissen. Die Lampe ist jetzt mit eingespeichert. Jetzt können wir wieder auf den Knopf drücken, um die Animation zu beginnen. Ein kleiner Verwendungstipp von mir. Niemals Strom in beide gleichzeitig reinschicken. Wenn du hier Strom in beide gleichzeitig reinschickst, versuchen sich beide Animationen auf einmal zu laden. Sollte das passieren, hängt sich deine Schleuse auf. Du siehst, jetzt ist das passiert. Meine Schleuse hat sich aufgehangen. Du siehst, ich kann ja auch nichts bauen in der Schleuse. Die Schleuse ist jetzt in einer unendlichen Animation gefangen. So. Und um diese Schleuse zu reparieren, musst du einmal alle von diesen Verstärkern relativ schnell kaputt machen. So. Und dann kannst du sie wieder hinsetzen. Bzw. das brauchst du gar nicht. Du kannst auch einfach hier auf Load drücken. Dann sitzen die wieder. Also, versuch das zu vermeiden. Du kannst jetzt hier Stromsignal reinschicken lassen für eine Schleuse. Zum Beispiel halt hier. In den hier kannst du ein Stromsignal reinschicken. Das kannst du jetzt einfach per Kabel nach oben bauen. Und das ist dann dein Knopf, um die Schleuse in die eine Richtung zu bewegen. Und du musst eben warten, bis sie an der Nutzung fertig ist. Du siehst jetzt hier, kann ich den Knopf drücken. Und die Schleuse startet in die Richtung nach unten. Da war eine Lampe, die ich dir noch gerade zusätzlich reingesetzt habe. Die Schleuse ist echt schnell, muss ich sagen. Obst du tatsächlich den hier nehmen sollen. Aber das kannst du ja für dich auch nochmal nachträglich ändern. Musst du halt jede einzelne Animation ändern. Und das ist halt das Problem, was ich dir bereits zu Anfang sagte. Es ist schwer, diese Sachen zu ändern. So. Aber du solltest jetzt verstanden haben, wie diese Animation funktioniert. Und du siehst, wenn du einmal verstanden hast, wie es geht, probier es ein paar Mal aus. Mach ein Backup, vergiss das nicht. Kannst du die krassesten Animationen in Minecraft bauen. Du kannst alles animieren. Du kannst einen Turm bauen, der sich aus dem Boden hervorbaut. Und du hast die Möglichkeit, eine Animation zu bauen, die in zwei Richtungen abgespielt wird. Einmal in Richtung Nummer 1 und einmal per Knopfdruck in die Richtung andere Richtung. Ja. Das ist soweit alles, was ich dir als Tipp geben kann. Nun wünsche ich dir viel Spaß. Probier herum. Experimentier herum. Und an dieser Stelle endet das Video. Liebe Leute, macht's gut. Bis bald. Und ciao. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020